flink frosty sie heißt diese zuckersüße schimmelscheck stute und sie ist ein verkaufspferd von the horse seller aus der zucht von magnus von stanis und ist sie eine tochter von starby frau stanis die der wiederum ein sohn des bekannten kilian frau stanis ist ihre mutter von frau stanis ist viergängig mit 845 reiteigenschaften geprüft also ein pferd mit sehr guter abstammung ihr zuchtwert liegt bei 114 flink ist 2017 geboren wird also in diesem jahr sechs jahre alt ein zuckersüßes mäuschen 1 meter 36 stockmaß sie ist ganz einfach zu formen und das allerbeste ist sie ist einfach oberkohl sie hat auch das the horse seller safe siegel bekommen denn man kann einfach alles mit ihr machen sie ist sehr sehr brav und sie ist auch gar nicht flink die flink sondern eher ein ruhiger typ lässt sich gerne vorwärts treiben hat sehr 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 weiche gänge und ultra viel tölt sie trabt auch schön wie man eben gesehen hat aber tölt ist ihre lieblingsgang art der galopp ist noch nicht ganz so gut ausbalanciert das klappte in der halle auch noch nicht aber auf der ovalbahn und gelände geht das schon ganz gut und dann macht sie alles mit was man mit ihr machen möchte sie geht wie man hier sieht ins wasser an den mülleimer mit einer fahne dran mit müllsäcken steht neben der säge also sie hat vor lauten geräuschen keine angst steht cool und brav am anbinder und ist einfach super sicher und zuverlässig geht brav allein und in der gruppe ins gelände und lässt sich ganz lieb und schön auf der ovalbahn und in der reithalle reiten ein rundum nettes unkompliziertes pferd hier haben wir nochmal die slow mo version durch das flatter tor das geht sogar im tölt einmal augen zu und durch flinky eine wirklich super süße kleine stute die sehr sehr viel spaß macht zu reiten und trotz ihrer geringen größe auch größere reiter gut abdeckt die reiterin hier auf dem videos 1 meter 70 groß und da sieht man das ist ganz unproblematisch und sieht sehr harmonisch aus ein pferd was sehr clever ist und sich wie gesagt leicht formen lässt immer wieder sucht sie die anlehnung möchte durchs genick gehen und ist eben in ihrer ausbildung natürlich noch nicht so super weit weil sie wird ja erst sechs jahre alt aber wie man sieht zum freizeitreiten auch für ungeübtere reiter und auch für schwache reiter die wenig hilfen geben können ist sie super geeignet ein braves nettes tolles freizeitpferd unsere flink wenn sie euch genauso gut gefällt wie uns dann meldet euch gerne die daten dazu findet ihr oben im video und bis dahin noch ganz 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 viel spaß mit der schönen flink frau stehen ist meinst du Untertitelung des ZDF, 2020